Weißt du was? Wir machen uns mal Spaß. Wir nehmen mal unsere Maße. Zu vergleichen? Zu vergleichen. Nicht verkehrt. Wie groß bist du eigentlich? 1,94. 1,94. Oh Gott. 1,67. Und dein Gedicht? Ich glaube so, schätzen, 63. Boah, ich habe 111 Kilo. Ja. Ganz schön. Ich habe irgendwo diese Maßnahme. Warte mal, ich fange mal den an. Nehmen wir erstmal die Seitenlinge. Oh, das sind 100. 100. So, Warte, du bist dran. Aha. 120. Na, das sind Maße. So, deine Hüfte ist dran. Das war ganz interessant. Ne? Das wird sehen. Das ist mal. Na ja. Wo bist du denn am fettesten? Am fettesten eh so. Da. 97. 25. Ach, das sind doch keine Maße. Und mal bei mir, da kommt schon was ganz anderes raus. Jetzt haben wir erstmal die Hüfte. Da müssen wir hier so die Ecke. 125. 125. ne? Schauen wir mal schön aus. Dann können wir noch mal vergleichen. Vergleichen. So, jetzt, was nehmen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir deinen muskulösen Oberkörper. Da haben wir 97. So, jetzt müssen wir mal eben helfen, der da unten durchzunehmen. Warte mal. Wenn wir den Pornhäuser richtig gewandt. Und hopla. Habe ich richtig? Dann muss ich von innen nehmen. Da haben wir 111. 111. Boah. Was ist das? Du hast 97. 90. So. Jetzt ist die Taille dran. Moment. Dann muss ich andere Seite nehmen. Im Verkehr. Ist das eine Taille? So, ne? Ja. So. 89. 89. Das ist doch eine tolle Taille. Ja. Wenn ich an meine Maße denke, ich glaube, ich muss abnehmen. Na ja, dafür bist du aber sehr gut. Ja, sicher. Aber, wo ist der hier? So, 104. 104. 104. So, was haben wir jetzt? Oberschenkel. Wollen wir das euch ja gar nicht messen. Zeig mal jeder. Komm, ich habe mir einen Arm drum. Das sind aber auch nicht mehr wie 50. Lass mal messen. Oh, Gott. Da wird schon ein bisschen mehr sein. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Ja doch, ist richtig. Oh, das ist weniger. 45. Wie? 45. 45. 45. Da. Mal ein schlankes Ball. Ein bisschen höher gehen. 68. 60. So, Schritt länger. Halt mal oben feste. Schritt länger. Und ich mess mal runter. Da haben wir bis zur Sohle 78. 62. Ja, da kann man sehen. 92. Hm. Ich sehe schon, du musst doch noch wachsen. Ja. So, seine Armlänge noch und dann haben wir glaube ich alle Maße, die man so vergleichen kann, ne? 73. Das ist aber ganz interessant. Ja, ist doch ganz schön. So, da ist dran. Soll ich dich dran verhungern lassen? 80. Ja, ich würde sagen, wenn man das so vergleicht, dann gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja, da sehe ich ja eigentlich ein bisschen alter aus, ne? Naja, bist ja eine ganze Ecke kleiner. Bisschen wachsen, bisschen essen und dann klappt die Sache, dann hörst du mich irgendwann ein. Die Idee wäre nicht schlecht, ne? Ja. So, und jetzt gehen wir was essen. Ja, bitte. Ne? Dass dann meine Maße kommt. Mhm. Gut. Ja, ganz gut. IchWeine nachguarte wieder mit mir见, dann abiturend denn hier ihr noch Platz zu erzählen.